Wir nannten ihn den Reisenden und seine Ankunft veränderte alles. Wir erbauten eindrucksvolle Städte auf dem Mars und der Venus. Merkur wurde zu einem großen Garten. Die Lebenszeit der Menschen verdreifachte sich. Es war eine Zeit der Wunder. Wir blickten in die Galaxis und wussten, es war uns beschieden, im Licht anderer Sterne zu wandeln. Doch der Reisende hatte einen Feind. Eine Dunkelheit, die ihn über ganze Äonen durch die schwarzen Weiten des Alls verfolgt hatte. Jahrhunderte nach dem Beginn unseres goldenen Zeitalters fand uns diese Dunkelheit. Und das war das Ende von allem. Zumindest bis ich dich gefunden habe. Wir wussten, dass die Dunkelheit zurückkehrt. Um zu beenden, was sie begonnen hat. Und uns die Heimat zu nehmen. Deswegen habe ich nach dir gesucht. Eine Ewigkeit. Es gibt nur wenige von euch, die das Licht des Reisenden in sich tragen. Die Kraft haben, die Dunkelheit zu bekämpfen. Ich will ehrlich zu dir sein, Hüter. Du bist unsere letzte Hoffnung. Wenn du scheiterst, wird alles, was du kennst, alles, was die Menschheit je gekannt hat, für immer verloren sein. Also. Kein Stress. Blitzer gewaltt. Wirคummer. Mein Gefühl. Zangen. Je babbel dieser Scheinenstoke. Untertitelung des ZDF, 2020